Oder in der Garage. In der Garage, die sich vorliegt. Da muss man noch ein bisschen was herunterladen. So bin ich es nicht gewohnt, aber eigentlich ist es eine Frage. Hier. Das ist das Ganze. Auch hier ist das Ganze immer nur das Ganze passiert. Wenn das mal steht, dann warte ich für alle Schienen. Dann bin ich drin. Dann sind alles unter der Geschichte. Jetzt weiß ich es nicht, was ich gemacht habe. Aber da habe ich immer drin stehen. Und man hat schon mal ein Buhesat. Ich denke, das ist auch ein. Ich denke nicht. Ich denke, dieses ist auch nicht.